Oh Gott! Da oben! Aufm Berg! Aufm Berg! Aufm Berg! Geh zurück! Nicht ins Wasser! Hi und herzlich willkommen zurück zu... Let's Battle Minecraft! Oh leuch! Ist schon wieder ein Schwein gespawnt! Okay, ja... Nimm es! Der hat drei gedroppt... Okay, wollen wir das auch nochmal beraten, schnell? Nein, wollen wir nicht. Komm, dann haben wir alles gut. Ich mach mal schnell das Vollbild. Jetzt kommt kurz schwarzer Bildschirm. Wenn du noch schnell einmal den Ofen hinpackst, bitte. Peace, love and rock'n'roll. Alex, bist du in der Lage, diesen Stein... Alex? Lol. Warum hat das so lang gedauert? Wollte ich ein bisschen verarschen. Ach du... Lauch! Schieß doch, komm! Das wäre so witzig, wenn wir uns jetzt gegenseitig töten würden. So ein... Ich hasse dich, du Horensohn! Ja, das könnten wir machen, wenn wir noch vier Leben hätten. Ja... Haben wir aber nicht. Willst du eine Granate haben oder so? Aber ich glaube, die sind gar nicht so sinnvoll, oder? Ne, ich würde jetzt gerne in den Chat schreiben, das ist echt eine Qual mit dir aufzunehmen. Nimmst du den Ofen wieder mit, bitte? Nimm du ihn doch! Ich habe keinen Platz im Winter. Ich habe nur noch einen freien Platz, du Wixxer. So, jetzt suchen wir Sparage und Delete. Da liegen noch Seeds, da. Die kann ich... Ja, ist okay! Meine Fresse! Irgendwann ist doch auch mal gut, oder? Nein! Eben nicht! Ich dachte gerade, das wäre ein gegnerischer Spieler, aber das war nur so ein Zombie mit Goldkrone und so. Der Zombie-König. Was denn? Der Zombie-König. Das heißt so? Ich brauche einen neuen Helm und ich brauche neue Hosen. Ich habe gerade noch genug. Wollen wir noch mal... Ich brauche neue Schuhe und einen neuen Helm. Ja, warte, dann machen wir das doch nochmal anders. Du hast auch den Equipment-Table, ne? Den Equipment-Table! Den Crafting-Table. Kannst du den hinsetzen? Dann mache ich uns kurz alles. Gib mir schon mal dein Eisen. Hier. Gib mir dein Eisen. Was für Eisen? Hast du keins? Du hast Scheißen. Guck nochmal genau. 21. Ich fick kurz die Zombies. Du brauchst einen Helm, ne? Helm und Schuhe, bitte. Es reicht gerade so. Ja, sag ich doch. Wir haben jetzt kein Eisen mehr. Alex, die Sachen liegen hier, ne? Ja, sehr gut. Die Erfahrung natürlich noch mitnehmen. Ja, so die Sachen von dir liegen da. Ne. Doch, tun sie. Die haben da nichts zu liegen. Hast du gerade deine neuen Sachen verbrannt? Ja, natürlich. Immer. Also ich glaube, enchanten kannst du noch selbst, oder? Ne, wieso? Hör auf in dem Buch zu blättern, Alex. Hör auf. Hör auf zu blättern, sag mal. Du weißt, wenn einer von uns stirbt, das wird der Final Fight, ne? Keiner von uns darf sterben. Kannst du den nach dem Crafting Table lassen wir hier stehen? So, komm mit. Nein, ich will den aber mitnehmen. Schön mit der Spitzhacke. Wenn einer von uns stirbt, oder? Ja, weißt du, wer gar nicht mehr so viel kommentiert in letzter Zeit. Hansi? Ja. Das macht mich teilweise bisschen traurig. Also ich habe elf Schließpolver, ne? Ich weiß nicht mal, wo du hin bist überhaupt. Ich bin hier gegenüber von dir. Geh jetzt im Wasser? Jetzt hab ich wieder das Bild eingeblendet. Okay, hallo. Hm? Komm, hier hin. Da. Wo bist du hin? Jetzt habe ich dich auch verloren. Ich bin zum Wasser. Da, wo der Fickerkönig war. Ach so. Hä? Komm mal zu unserem Crafting Table. Es kann doch nicht sein, dass du zu blöd bist, mir zu folgen. Ich bin beim Crafting Table, da wo er war. Natürlich geht es. Natürlich geht es. Okay, gut. Jetzt folge mir. Okay, nackt. Ein Schaf. Lass mich kurz was essen. Ähm, nein. Doch. Nein. Doch. Das Skelett schießt auf uns. Geh einfach, spring einfach dran vorbei. Ja, ja. Also ich würde jetzt gerne wirklich Dürrleed und Sparage auslösen. Auslöschen. Auslösen. Ich würde gerne mal bei dir was auslösen. Bah. Also ich würde sagen, wir gehen über die Mitte, ne? Ich würde sagen, wir ficken den Creeper. Ja. Ja, ich habe noch mehr. Das Ding ist, oder wollen wir nochmal in die... In so einen dicken Anus. Also wir, ich halt, wir brauchen halt nur Eisen, ne? Ich habe halt genug Schießpulver für die nächsten 200 Jahre. Soviel zum Thema, soviel zum Thema, die Schussel wie Topra und Marcel brauchen Jahre, um, äh, um hier ein bisschen Schießpulver dran zu kriegen. Wir haben jetzt 14, ihr Wichsen. Alter. Was? Da hinten zwei Creeper und ein Skelett. Geil. Komm, die fickern wir. Oh. Alter, die haben sich, die haben sich unterhalten. Wer hat sich unterhalten? Die, Monster. Ups, sorry. Habs, 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 hab alles. Wir sollten auch für die ganzen Monster hier zu töten. Also wir brauchen nur das Knochenmeer für Brot. So, lass auf, lass hier unter dem Berg durch. Da müsste eigentlich noch unsere Fackel stehen. Ja. Da ist noch unsere Fackel. Aua. So, also ich bin der Meinung, wir gehen durch die Mitte. Da sind Schweine, da ist ein Schwein. Pass auf, dass du nicht in die Lava fällst. Au. Was für eine Lava? Ich weiß auch nicht, was du meinst. Was ich meine. Da ist auf jeden Fall ein Schaf. Da war ein Schaf. Oh mein Gott, ich brenn. Dann spring ins Wasser, direkt daneben ist Wasser. Ich weiß doch. Das hat dich doch noch verarscht, Brudi. Ich weiß, Brudi. Ja komm, weiter gehts. Ich hab wieder einen neuen Knochenmehl. Da ist noch ein Schwein. Lass mich das machen, dann hast du einen freien Platz im Inventar. Gut, hab sie. Ich hab aber eh nichts mehr frei jetzt. Ich konnte die nicht mal aufsammeln, die Steaks grad. Also, ich weiß nicht. Jetzt könnte ich auch eine neue Brustplatte gebrauchen und neue Hose. naja. Das Ding ist Dominik und, äh, hier. Yannick. Yannick interessieren mich grad eh nicht, weil die nichts haben. Egal, das sind Leben, die wir ficken können. Nein. Oh Gott, da oben. Aufm Berg. Aufm Berg. Aufm Berg. Geh zurück. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Oh mein Gott, hab ich mich grad erschrocken. Auf einmal kam der Panzerfaust an. Oh. Ich weiß. Ich hab's denn noch gehört. Ich dachte, Junge. Oh fuck. Ach du heilige Scheiße. Schnell. Schnell. Lapp nach, lapp nach. Ich muss nachladen, ich muss nachladen. Fuck, zwei Herzen. Fuck, fuck. Nein, nein, nein. Komm mit hier runter. Komm mit hier runter. Komm mit hier runter in die Höhle. Wo? Nein. 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 Oh. Du weißt, ich hatte die Diamanten, gell? Egal. Wenn sie jetzt hier reinkommen, nehm ich mindestens einen mit. Oh. Ich hab nicht mit denen gerechnet. Also ich hab auf jeden Fall noch den getroffen. Ähm, Sparic. Äh, was mach ich jetzt? Ich geh ins Hauptmenü, oder? Ja. Sie dachten, ich wär weg, ich Vollidiot. Ja, warte. Ich bleib noch ein bisschen hier. Ich les mir das noch durch. Oh. Mein Herz. Die rennen weg. Nee, die sind oben. Na gut, ich seh ja gar nichts. Ich seh eigentlich nur ne Wand. Ich kann auch ins Hauptmenü gehen. So. Ja, ich verabschiede mich jetzt mal bei meinen Fans, wa? Oh. Das kann nicht sein. Wir hatten so die unterlegene Position, ne? Mhm. Nein. Bist du auch tot? Unter mir war ein riesengroßes Loch. Ja. Ja. Ich hab mich zwei nach unten gebastelt. Und ich dachte, dann falle ich noch ins Wasser und da war dann ne Kante. Ja. Nein. Nein. Ja, liebe Freunde des Let's Battles. Ähm. Ich hätte... schöne Zeit. Ficken. Ich bedanke mich für all die neuen Abonnenten, die ich dadurch gewonnen habe. Ähm. Ja, wir sehen uns in einem anderen Projekt wieder. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Tschüss. Du lebst... Nee, du hörst jetzt nicht auf aufzunehmen. Ich möchte dir nämlich auch noch ein paar letzte Worte an meine Menschen verfassen. Ja, kannst du. Meine Aufnahme ist jetzt beendet. Ja. Und zwar... Ist das grad richtig scheiße, dass ich gestorben bin, weil ich dachte, dann springst du ins Wasser und überlebst. Und spielst weiter. Aber irgendwie hat mir der Fall... So tief bin ich gar nicht gefallen. Egal. Okay, gut. Aber ich denke mal, es wird einen Nachfolger geben. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob ich da noch dabei sein darf. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Wenn ich dabei bin, bist du auch dabei. Einmal Team-Partner, einmal Team-Partner. Und zum Abschluss gibt's jetzt noch richtig coole Bro-Fists in die Cam, okay? Die kannst du gerne machen, aber meine Cam läuft ja nicht mehr. Egal. Gib mir auch ne... Gib mir auch ne... Gib mir auch ne Bro-Fist. Komm, drei, zwei... Warte, wir müssen... Wir müssen natürlich biten. Wir müssen biten und das wie PewDiePie machen. Weißt du, wie der das macht? Nee, ich weiß das grad nicht wirklich. Maha! Macht er. Na, die faust du noch von der Strecke. Maha! Maha! Ja, ist doch scheißegal. Jetzt komm, gib mir den Bro-Fist. Und drei, zwei, eins... Maha! Und drei, zwei, eins precious. Haha, das ist dochazuje. Daniлюч-Dingvivierius.